Liebe Studierende, herzlich willkommen zur Fortsetzung der Videoreihe Staatsorganisationsrecht. Heute geht es um die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Bundestagswahlen und die Grundzüge des Wahlrechts. Wenn Sie das Grundgesetz zur Hand nehmen, werden Sie schnell feststellen, dass es kein bestimmtes Wahlsystem vorgibt. In Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz werden lediglich bestimmter Wahlrechtsgrundsätze festgelegt. Die Wahlen zum Deutschen Bundestag müssen demnach allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein. Hinzu kommt noch ein ungeschriebener Grundsatz. Die Wahl muss auch öffentlich sein. Das scheint der Vorgabe der geheimen Wahl diametral zu widersprechen, aber gemeint ist etwas anderes als die öffentliche Stimmabgabe. Mehr dazu gleich. Innerhalb der durch Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz gezogenen Grenzen kann der Gesetzgeber durch einfaches Bundesgesetz ein bestimmtes Wahlsystem festlegen. Dazu ermächtigt ihn Artikel 38 Absatz 3 Grundgesetz. Das Wahlsystem, an dem der Bundesgesetzgeber seit 1949 festhält, ist die sogenannte personalisierte Verhältniswahl. Es gibt zwar zwei Stimmen, eine Erststimme für Wahlkreiskandidaten und eine Zweitstimme, die auch als Listenstimme bezeichnet wird, für die Parteien. Man könnte also meinen, dass es sich um eine Mischung aus Mehrheitswahl und Verhältniswahl handele. Im Kern ist die Bundestagswahl aber eine reine Verhältniswahl. Die Parteien ziehen mit so vielen Abgeordneten in den Bundestag ein, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht. Auf die Ausnahmen komme ich nachher zu sprechen. Es gibt aber die Möglichkeit, in Wahlkreisen Abgeordnete mit der Erststimme direkt zu wählen und die Wahlentscheidung damit zu personalisieren. Diese sogenannten Direktmandate sollen aber die verhältnismäßige Repräsentation der Parteien im Ergebnis nicht verändern. Deshalb werden errungende Direktmandate auf das Zweitstimmenergebnis angerechnet. Wenn eine Partei mehr Direktmandate erhält, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, was häufig ist, dann spricht man von Überhangmandaten. Diese werden durch sogenannte Ausgleichsmandate so lange wieder ausgeglichen, bis der Zweitstimmenanteil wieder stimmt. Können Sie sich vorstellen, worin die Tücke dieses Mechanismus liegt? Die Tücke besteht daran, dass der Bundestag sich stark aufbläht. Denn es muss so lange ausgeglichen werden, bis die Zusammensetzung des Bundestags das Zweitstimmenergebnis wieder richtig widerspiegelt. Wegen der Gefahr, dass der Bundestag zu groß wird, ist jetzt vorgesehen, den Ausgleich von Überhangmandaten zahlenmäßig zu begrenzen. Das Bundesverfassungsgericht hat es für zulässig gehalten, dass bis zu 15 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Dann würde wieder, wie übrigens auch nach früherem Recht, ein kleines Stück Mehrheitswahlrecht in das Wahlrecht zum Bundestag einfließen. Zunächst aber zu den Wahlrechtsgrundsätzen des Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz, die manche Besonderheiten des deutschen Wahlrechts erklären können. Allgemeine Wahl gebietet grundsätzlich die Teilnahmemöglichkeit aller Staatsbürger. Es handelt sich um ein besonderes Gleichheitsrecht. Beschränkungen der allgemeinen Wahl sind nur aus zwingenden Gründen verfassungsrechtlich zulässig. Ein solcher wäre zum Beispiel das altersbedingte Fehlen einer für die verantwortliche Wahlentscheidung erforderlichen politisch-intellektuellen Reife. Aber der Verfassungsgesetzgeber hat in Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz, das Mindestwahlalter bereits selbstbestimmt. Es gibt aber Einschränkungen, die der einfache Gesetzgeber angeordnet hat. Schauen wir uns das in einem Fall einmal an. Der 30-jährige R wird rechtskräftig wegen räuberischer Erpressung zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Da er das deutsche Strafrecht für viel zu streng hält und eine Haftentlassung nicht in Sicht ist, möchte er die Sache selbst in die Hand nehmen und sich für die Wahl zum Deutschen Bundestag aufstellen lassen. Sein Zellengenosse G meint, er habe nicht nur politisch, sondern auch rechtlich keine Chance. Stimmt das? Die Antwort gibt Ihnen das StGB. Schauen Sie einmal hinein. Antwort A. G hat Unrecht. Er kann sich auf den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl berufen und so sein passives Wahlrecht ausüben. In einer rechtsstaatlichen Demokratie müssen schließlich auch verurteilte Straftäter ein passives Wahlrecht haben. Antwort B. G hat Recht. Die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe rechtfertigt die Einschränkung der Allgemeinheit der Wahl. Die richtige Antwort ist tatsächlich B. Sie ergibt sich aus § 45 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Danach geht das passive Wahlrecht als Nebenfolge der rechtskräftigen Verurteilung zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe für fünf Jahre verloren. Unter bestimmten Umständen kann dem Verurteilten nach § 45 Absatz 5 StGB sogar das aktive Wahlrecht aberkannt werden. Nun zur Unmittelbarkeit der Wahl. Die Wahl ist unmittelbar, wenn zwischen den aktiven Wahlakt und die passive Wahl kein weiterer Willensakt tritt. Ausgeschlossen sind damit alle Verfahren, bei denen sich zwischen Wähler und Wahlbewerber eine weitere Instanz schiebt. Ein Beispiel für eine mittelbare Wahl ist die des Präsidenten der USA. Die Wahlberechtigten wählen nur sogenannte Wahlleute, die Electors. Und erst das Elector College wählt den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Ein weiterer in Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz genannter Grundsatz ist die Freiheit der Wahl. Sie soll vor Druck, Zwang und unzulässiger politischer, sozialer und wirtschaftlicher Einflussnahme schützen. In den § 108 bis 108b Strafgesetzbuch sind bestimmte Beeinträchtigungen der Stimmabgabe sogar unter Strafandrohung gestellt. Lassen Sie uns den Grundsatz anhand des nächsten Falls verdeutlichen. Der Geschäftsführer einer großen Online-Handelsplattform weist seine Mitarbeiter kurz vor der Bundestagswahl regelmäßig auf das e-commerce-freundliche Parteiprogramm der X-Partei hin. Ein Wahlerfolg der X-Partei würde der Handelsplattform sehr zugutekommen und sei mir damit ja auch in dem Interesse der Mitarbeiter, die ja nicht auf der Straße sitzen wollten. Ist ein solches Verhalten mit dem Grundsatz der Freiheit der Wahl aus Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz zu vereinbaren? Antwort A. Ja. Antwort B. Nein. Mit entsprechender Begründung lässt sich beides vertreten. Die Antwort B dürfte aber näher liegen. Die Freiheit der Wahl strahlt auch auf Privatrechtsverhältnisse aus. Der Geschäftsführer nutzt mit sozialem Druck auf die Mitarbeiter das arbeitsrechtliche Abhängigkeitsverhältnis aus. Andererseits wird die Entscheidung gegen die X-Partei nicht mit der Androhung der Kündigung verbunden. Auch zwingt der Geschäftsführer niemanden, ihm die eigene Wahlentscheidung offen zu legen. Eine gewisse Klausurbedeutung entfaltet der Grundsatz der freien Wahl im Zusammenhang mit der möglichen Einführung einer Wahlpflicht. Erfolgt diese durch Verfassungsänderung, kann Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz nicht maßstab sein. Vielmehr müssen Sie dann die Frage aufwerfen, ob eine Wahlpflicht mit dem Demokratieprinzip in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz vereinbar sein kann, wogegen im Ergebnis eher wenig spricht. Wird die Wahlpflicht durch einfaches Gesetz eingeführt, kommt es ganz auf Ihre Argumentation an. Wenn Sie das eigentliche Votum in den Vordergrund rücken, bleibt die Entscheidung als solche frei. Es kann auch eine ungültige Stimme abgegeben werden. Man kann aber auch darauf abstellen, dass zur freien Wahl auch die freie Entscheidung gehört, nicht zum Wahlbüro zu gehen und dass die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme selbst schon ein politisches Statement ist, das zur Freiheit der Wahl dazugehört. Man kann die Freiheit der Wahl also je nach Argumentation gar nicht gering oder stark eingeschränkt sehen. Gerechtfertigt kann ein Eingriff, wenn man ihn annimmt, allenfalls zugunsten zwingender höherrangiger Werte sein, wie zum Schutz des Demokratieprinzips selbst. Die Erforderlichkeit dürfte sich aber nicht leicht begründen lassen. Doch weiter im Text des Grundgesetzes. Geheim muss die Wahl nach Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz auch sein. Man soll also seine Wahlentscheidung für sich behalten dürfen. Die Entscheidung muss daher verdeckt erfolgen. Es darf kein Druck in Richtung einer offenen Stimmabgabe ausgeübt werden und die konkrete Stimmabgabe für eine Partei oder Person darf nicht ohne weiteres nachprüfbar sein. Eigentlich selbstverständlich, möchte man meinen, aber in der Praxis ist die Geheimheit der Wahl komplizierter, als man denkt. Wie der nächste Fall zeigt. Das Gesetz sieht für die Wahl zum Deutschen Bundestag künftig ein elektronisches Wahlverfahren vor. Während die einen die Auszählung der Stimmen für transparenter und genauer halten, heben andere die Gefahr des Hackings hervor. Ist eine elektronische Wahlerfassung mit Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz zu vereinbaren? Antwort A. Die Einführung einer elektronischen Wahl ist verfassungsrechtlich nicht denkbar. Das Grundgesetz sieht kein elektronisches Wahlverfahren vor. Antwort B. Die Einführung einer elektronischen Wahl ist verfassungskonform. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Dass das Grundgesetz einer elektronische Wahl nicht explizit vorsieht, steht ihr noch nicht entgegen. Es sei denn, sie ist nicht hinreichend frei. In einer Entscheidung aus dem Jahr 2009 überwogen beim Bundesverfassungsgericht die Bedenken gegen die Sicherheit der elektronischen Wahl. Das heißt aber nicht, dass sie immer und für alle Zeiten unzulässig, weil unfrei wäre. Entscheidend ist, dass es gelingt, ein System einzurichten, das vor unzulässiger Beeinträchtigung und Verfälschung vollumfänglich schützt. Zwei Grundsätze müssen wir noch erörtern. Einer ist die Gleichheit der Wahl. Auf sie beziehen sich die meisten zu Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ergangenen verfassungsrechtlichen Entscheidungen. Der Wahlgleichheit kommt auch die größte Klausurrelevanz unter den Grundsätzen des Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz zu. Für die verfassungsrechtliche Betrachtung ist zwischen Zählwert und Erfolgswert einer Stimme zu unterscheiden. Der Zählwert gibt an, wie sie im Verhältnis zu einer anderen in die Berechnung eingeht. Hätte eine Person eine Stimme, eine andere aber zwei oder hätten sie unterschiedliche Wertigkeit, wäre der Zählwert unterschiedlich. Beim Erfolgswert geht es demgegenüber darum, wie sich die einzelne abgegebene Stimme im Wahlergebnis niederschlägt, also um den Stimmerfolg. Beim Zählwert ist jede Differenzierung unzulässig. Beim Erfolgswert können zwingende Gründe gewisse Differenzierungen rechtfertigen. Das gilt für die Verhältniswahl, wie sie in Deutschland Anwendung findet. Bei der Mehrheitswahl, wie im Vereinigten Königreich oder in den USA gibt es keinen wirklichen Erfolgswert, denn nur die Stimmen der Personen, auf die im Wahlkreis die meisten Stimmen entfallen, haben überhaupt Wirkung. Insoweit tritt an die Stelle des Erfolgswerts die Erfolgschance. Damit sie gleich ist, muss aber der gleichen Wahlkreisgröße besonderes Augenmerk gelten. Wie bereits erwähnt, können Differenzierungen beim Erfolgswert aus zwingenden Gründen zulässig sein. Dazu gehören die Funktionsfähigkeit des Parlaments und die Bildung regierungstauglicher Mehrheiten und, soweit sie sich darauf auswirkt, die Verhinderung übermäßiger Zersplitterung der Parteienlandschaft. Mit diesen Erwägungen hat das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Fünf-Prozent-Sperrklausel in § 6 Absatz 3 Satz 1 Variante 1 Bundeswahlgesetz gerechtfertigt. Danach haben Parteien, auf die bundesweit weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen, der Listenstimmen also, entfallen, an der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten nicht teil. Im Klartext heißt dies, sie erhalten nicht, wie die Verhältniswahl es sonst erfordern würde, so viele Sitze im Bundestag, wie es ihrem prozentualen Anteil an den Zweitstimmen bundesweit entsprechen würde, sondern in der Regel gar keine. Der Erfolgswert der für sie abgegebene Stimmen ist folglich Null. Aber Achtung! Nicht jede Sperrklausel ist in jeder Situation verfassungsmäßig. Das Bundesverfassungsgericht hat auch für die Bundestagswahlen nicht ausgeschlossen, dass sich ihre verfassungsrechtliche Bewertung mit einer Veränderung der politisch-gesellschaftlichen Umstände auch ändern könnte. Für Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament hat es Sperrklauseln für verfassungswidrig erachtet. Unter anderem, weil dort Parteienzersplitterung der Funktionsfähigkeit der Entscheidungsfindung weniger abträglich sei. Von der 5%-Klausel gibt es eine Gegenausnahme. Hat eine Partei nicht 5% der Stimmen bundesweit erreicht, aber drei Direktmandate über Erststimmen errungen, wird das Zweitstimmenergebnis sozusagen reaktiviert. Und ihr werden so viele Sitze im Bundestag zugesprochen, wie es ihrem Stimmenanteil nach Zweitstimmen entspricht. So steht es in § 6 Absatz 3 Satz 1 Variante 2 Bundeswahlgesetz. Auch im Zusammenhang mit dieser sogenannten Grundmandatsklause stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Erfolgswertgleichheit. Um dies mit einem Fall zu illustrieren. Die P-Partei hat im Rahmen der letzten Bundestagswahl 4,9% der Zweitstimmen erreicht. Da sie keine Direktmandate erzielen konnte, ist sie im Bundestag nicht vertreten. Anders die S-Partei, auf die nur 2,5% der Zweitstimmen, aber drei Direktmandate entfallen sind. Die P-Partei sieht in der Grundmandatsklausel eine Verletzung der Gleichheit der Wahl. Was meinen Sie? Hat sie recht? Antwort A, nein, denn die Grundmandatsklausel ist verfassungskonform. Antwort B, ja, denn die Grundmandatsklausel ist verfassungswidrig. Zumindest das Bundesverfassungsgericht hat sich für A entschieden. Klar ist, die Grundmandatsklausel führt im Verbund mit der Sperrklausel zu einem ungleichen Erfolgswert. Wer drei Direktmandate erreicht, zieht nicht nur mit diesen in den Bundestag ein, sondern sogar mit so vielen Mandaten, wie das Zweitstimmenergebnis hergibt. Wer keine drei Direktmandate erreicht hat, zieht nur mit den erlangten Direktmandaten in der Regel aber gar nicht in den Bundestag ein. Denn Direktmandate sind bei so kleinen Parteien sehr selten. Gibt es mehrere solcher Fälle, dann kann die Grundmandatsklausel, wie die 5%-Klausel auch, zu einer Abweichung der Parlamentsmehrheiten von den Stimmenmehrheiten bei der Wahl führen. Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt die Grundmandatsklausel aber mit der, wie es sagt, effektiven Integration des Staatsvolks. Parteien, die so in den Bundestag einziehen, haben sich in, Zitat, lokalen Schwerpunkten als politisch bedeutsam erwiesen und zugleich in besonderer Weise dem Anliegen der personalisierten Verhältniswahl entsprochen, Zitat Ende. Man kann dem entgegenhalten, dass das Bundesverfassungsgericht nicht ganz konsequent ist, wenn es die 5%-Sperrklausel mit Gefahren für die Funktionsfähigkeit des Parlaments rechtfertigt, solche Gefahren beim Einzug lokaler Schwerpunktparteien aber nicht wahrnimmt. Zudem lässt sich einwenden, dass ein gewonnenes Direktmandat auf jeden Fall Bestand hat und die Kleinpartei ihre regionale Hochburg dann auch im Bundestag repräsentiert. Dass die effektive Integration aber nicht auch erfordere, ihr darüber hinaus Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis zuzuweisen. Die Grundmandatsklausel ist, anders als es scheinen mag, nicht nur Verfassungsrechtstheorie, sondern ist in der Geschichte der Bundesrepublik schon mehrfach zur Anwendung gekommen. So errang beispielsweise die PDS 1994 ein Zweitstimmenergebnis von 4,4% und 4 Direktmandate, was sie 30 Abgeordnete im Bundestag einbrachte. Hätte sie nur zwei Direktmandate errungen, dann wäre sie auch nur mit diesen beiden Abgeordneten im Bundestag vertreten gewesen. Abschließend noch ein paar Worte zu dem ungeschriebenen Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl. Das Bundesverfassungsgericht leitet diesen aus Artikel 38 in Verbindung mit Artikel 20 Absätze 1 und 2 Grundgesetz ab. Er wird etwa dann relevant, wenn die Stimmenerfassung automatisiert, zum Beispiel durch die schon angesprochenen Wahlcomputer, erfasst wird. Öffentlichkeit heißt nicht, dass die Stimmabgabe veröffentlicht werden muss oder auch nur darf, denn das würde der geheimen Wahl zuwiderlaufen. Sondern sie bedeutet, dass für die Wähler die Möglichkeit bestehen muss, die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und Ergebnisermittlung ohne besonderes technisches Vorwissen zuverlässig nachprüfen zu können. Wahlberechtigte sollen sicherstellen können, dass die Wahl ordnungsgemäß verbucht wurde. Der Grundsatz wird unter anderem dadurch gewahrt, dass jedermann bei Bundestagswahlen das Recht hat, bei der Wahlhandlung und der Stimmauszählung im Wahlraum anwesend zu sein und alle Abläufe zu beobachten. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Zur Wiederholung noch einmal in aller Kürze die sechs Wahlgrundsätze. Fünf geschriebene und ein ungeschriebene. Erstens. An der Wahl müssen grundsätzlich alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger teilnehmen können. Allgemeinheit der Wahl. Zweitens. Zwischen Wahlakt und passiver Wahl darf kein Zwischenschritt erfolgen, wie es beispielsweise in den USA der Fall ist. Unmittelbarkeit der Wahl. Drittens. Die Wahlentscheidung muss ohne Druck und Androhung von Konsequenzen erfolgen. Freiheit der Wahl. Viertens. Alle Stimmen müssen den gleichen Zählwert und grundsätzlich auch den gleichen Erfolgswert haben. Gleichheit der Wahl. Fünftens. Die Wahlentscheidung darf nicht ausgeforscht und muss nicht preisgegeben werden. Geheimheit der Wahl. Und sechstens. Die Stimmabgabe muss korrekt und nachvollziehbar verbucht sein. Öffentlichkeit der Wahl. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Das war's. P absolute. Untertitelung des ZDF, 2020